Glaubensbekenntnis, die einstimmige Fassung Christus, Gottes einzig gezeugten Sohn, den aus dem Vater gezeugten vor aller Zeit Licht vom Lichte, wahren Gott vom wahren Gott Gezeugt, nicht geschaffen, den dem Vaterwesen seinen, durch den alles geworden ist den für uns Menschen und zu unserer Errettung von den Himmeln herabgestiegenen und Fleischgewordenen aus dem Heiligen Geist und der Jungfrau Maria und Menschgewordenen den für uns unter Pontius Pilatus gekreuzigten der gelitten hat und begraben worden ist den am dritten Tage Auferstandenen gemäß den Schriften den in die Himmel aufgestiegenen und zur Rechten des Vaters sitzenden den mit Herrlichkeit Wiederkommenden zu richten die Lebenden und die Toten dessen Königtum ohne Ende sein wird und an den Heiligen Geist, den Herrn, den Lebensschaffenden den aus dem Vater hervorgehenden den mit dem Vater und dem Sohn angebeteten und verherrlichten der gesprochen hat durch die Propheten an die Heilige, katholische und apostolische Kirche ich bekenne die Heilige Taufe zur Vergebung der Sünden ich erwarte die Auferstehung der Toten und das Leben der künftigen Welt Amen 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 Vielen Dank.